So, ich bin wieder zurück. Heute ist der Tag 15 der Adventskalender-Gewinnspiele. Diese Woche hatte ich von Montag bis heute nicht ganz so viele gemacht. Es waren vielleicht maximal an allen Tagen bisher 150. Eine Gewinnbestätigung gab es, worüber ich mich sehr gefreut habe, und zwar eine Bustour für Touristen in Berlin. Das hat mich sehr gefreut, weil ich nächstes Jahr sowieso in Berlin bin. Wert ist 90 Euro, weil es für zwei Personen ist. Dann fangen wir mal an mit Tag 11 zu öffnen. Die 11. Balla. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Zum Glück links. Ich hole zuerst die 11. Die haben wir hier. Ich bleibe auch deswegen kurz stehen. Wir haben hier eine schöne Schere drin. Leider eine Kinderschere, aber egal. Tag 11. Die war bisher im Original-Kalender noch nicht drin. Tag 11. Dann suchen wir Tag 12. Komm her. Raus mit dir. Tag 12 haben wir diese schönen Teile hier drin. Die waren tatsächlich schon im Original-Kalender drin. Tag 12. Dann suchen wir noch Tag 13. Tag 13 haben wir hier. Da haben wir die Bruschetta-Kekse. Auch nicht schlecht. Tag 13. Dann holen wir jetzt noch Tag 14. Tag 14. Oh, das will nicht raus. Dann gehe ich kurz in die andere Seite. So, wenn ihr gerade den Stuhl nur seht. Ah, komm her. Das will irgendwie gerade nicht raus. Okay. Die 14 will gerade nicht raus. Ist Kokosnussmilch. Und dann haben wir noch die 15. Die ist hier oben. Und da haben wir auch was Schönes drin. Da haben wir, glaube ich, das erste Gute drin. Und zwar haben wir hier, da war schon im Original-Kalender drin, ein schönen, leckeren Likör. Ich habe sie endlich rausbekommen. Hier ist die Kokosnussmilch. Und ja. Das war jetzt alles so aktuell von dem Kalender. Wir hören und sehen uns morgen. Bis der Abend. Ciao. Ciao.